Oh mein Gott. Wir sind kein Match. Wo steht ihr im Match? Wenn da ein No-Match stehen würde, da würde mich das schon treffen. Jetzt bin ich doch nervös. Krass, Alter, ja. Alter. Ich hätte das niemals gedacht, ne? Yeah! Krass, Leute. Bravo, Alter! Ich dachte, du bist mein Perfect Match. Oh mein Gott, ich bin wieso nicht, ja. Ich habe zu 100.000 Millionen Prozent gedacht, dass wir wirklich das Perfect Match sind. Und so schnell kann man sich auch irren. So leicht kann man sich irren. Es war nicht der Fall. Ich bin irgendwie enttäuscht. Boah, aber das war voll wichtig. Das ist der übelste Game Changer, Leute. Das war voll wichtig. Oder? Mega der Game Changer. Du willst sich trotzdem nichts ändern. Okay. Die bleibt trotzdem meine Nummer eins. Ja, deswegen ist nur eine Entscheidung. Gucken, was die Tage passiert. Ey Leute, wisst ihr, ich glaube, es wird jetzt auch voll schwierig für die beiden, weil die sich richtig gut finden. Und jetzt müssen beide jemand anderen kennenlernen mit Eifersucht und so. Ja, klassikal. Ja, das Thema Eifersucht ist halt da, aber kriegt man schon in den Griff. Oh mein Gott, ich war mir zu wirklich hoch. Ja. Weil das mit dir halt voll gematcht hat, ne? Ich hätte einfach... Wer soll es sein? Ja, das frage ich mich auch. Wie kann man sich irren? Wie sehr kann man sich... Wie kann man sich hier irren? Ja, Mann. Ey, da ist einfach unser... So unser Perfect Match sitzt einfach da. Ich habe mir gewünscht, dass der Mike mein Perfect Match ist. Und jetzt muss ich wieder von neu anfangen. Freust du dich? Eigentlich nicht, ja. Weil ich echt gedacht habe, die ist mein Perfect Match. Ja, aber es ändert ja nichts. Meintest du doch selber schon, oder? An euch ändert es nichts. Nee, erstmal nicht. Aber man weiß ja nicht, wie die weiteren Tage sich entwickeln. Was hast du, Jessica? Keine Ahnung. Ich bin... Keine Ahnung, oder was? Ich kann grad nicht reden. Ich bin irgendwie... Warum kannst du nicht reden? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war jetzt alles irgendwie traurig, Enttäuschung, Druck. Das war jetzt eben grad alles auf einmal und das war voll belastend. Bist du traurig? Ja, ich bin irgendwie traurig, aber... Keine Ahnung. Tut's weh? Ich bin schon enttäuscht, dass er sich ist, weil ich hätte es mir halt bei ihm am meisten auch gewünscht, weil er aktuell auch so von bei den Männern meine Bezugsperson war. Ich täusche mich selten. Ich wusste, dass es kein Match sein wird. Ja, jetzt feiern wir erstmal. 20 Singles suchen ihr Perfect Match und ihr sicherlich neue Videos. Die gibt's hier. Und die ganze Staffel gibt's dort. Und dann haben wir mal mit ihm geflangt. Achtung! Ja, wir sind nach WDR. Aber hier sind die ganze Früh. Und dann ist das bisschen... Untertitelung des ZDF, 2020